Ich fühl mich vorbereitet. Ich...mich bedingt. Mal gucken, wie es läuft. Jonas, eine kleine Spende bitte! Eine Spende! Ich glaub, die Richtung hier ist auch die falsche. Wenn da vorne... oder? Warte mal, ich glaub hier links... Ich glaub, ich hab das Meer gefunden. Das wär ja geil, wenn wir hier einen Süßwassersee haben und das Meer. Und ein Wasserfall, das wär geil. Hier sind noch mehr Koffer. Noch Batterien gefunden. Okay, nice. Noch ein Tennisball. Tennisball, ja. Da müssen wir eigentlich alle sammeln, ne? Am Schluss irgendwie, keine Ahnung. Ich glaub, das wird ein richtig, richtig langes Projekt, wenn wir bei das 2-Tino spielen, ne? Ja, das glaub ich auch. Ach siehste, diese Totem-Fehle, die müssen wir glaub ich kaputt machen. Was geht mit dem Koffer ab? Jaja, die fliegen manchmal übelst weit. Naja, ich hab eben auch ne Pflanze kaputt gehackt und die ist, keine Ahnung, übelst weit weggerollt. Was ist mit diesen Totenkopfdingern? Einfach kaputt machen, dass die nicht wissen, wo wir sind, glaub ich, oder so. Aber es wird mal dunkel, scheiße. Wir müssen, glaub ich, jetzt mal langsam zusehen, dass wir irgendwie eine kleine Hütte... Da vorne sind... Da vorne sind, glaub ich, Hütten. Da. Oh lol, ja, da, ja, da hinten, da gibt's richtig viel Stuff. Lass uns hier runter gehen und hier bauen wir erstmal unser erstes Nachtlager auf, würde ich vorschlagen. Okay. Das klingt gut. Ich glaub, das ist ein ganz guter Start hier, den wir haben. Ich denk auch. Und ich glaube, wenn man... Ist das hier vorne auch Hütten? Ja. Ich glaub, wenn man an den Hütten weiterläuft, dann kommt man nachher auch zum Boot. Und da müssen wir auch definitiv hin. So, vielleicht könnten wir uns einfach... Das sind hier keine Zombies hier, ne? Ne, das sind die Eingeborene. Eingeborene. Okay. Sind die Hütten von denen, oder? Ich glaube ja. Ja, ne? Ich glaube ja. Oh, das ist richtig dunkel bei mir. Ja. Lass mal irgendwie, keine Ahnung, schnell ans Wasser. Und dann irgendwie mal zusehen im Buch, dass wir hier so einen Speicherplatz machen, dass wir schlafen können. Ja. Kann man irgendwas mit den Schädeln machen? Ich glaube ja. Später kannst du da, glaub ich, Echse oder sowas draus bauen. Guck mal nur kurz, dass wir hier so... Hunting Shelter. Ich stell den erstmal hier hin. 26 Blätter? Hast du schon? Okay. So, Bombstimme brauchen wir jetzt noch. Boah, fuck, ist es dunkel. Ich seh auch gar nichts. Ich seh auch gar nichts mehr. Ich seh auch gar nichts mehr. Was ist das Rote denn hier? Ach, Zelte, ne? Zelte, glaub ich, ja. Naja. Vorne ist... Ich glaub, da kann man schlafen in den Zelten. Ach, als wenn. Speichern. Als wenn. Ich lieg drin. Oh geil, warte. 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 C. Gespeichert. Oh, Slot. Oh, wieviel ist los hab ich denn jetzt hier schon? Ups. Ach so, du musst speichern. Ich kann gar nicht. Äh. Schlafen können wir, glaub ich, noch nicht. Wir können gleich jetzt schlafen. Hm, wenn der voll ist, ne? So. Dann lass uns gleich jetzt mal zu den Hütten hinten ein bisschen weiter laufen und da hinten suchen wir uns dann gleich einen Spot, wo wir uns schlafen legen, würde ich vorschlagen. Ja. Ja. Bzw. Wo wir erstmal unser kleines... Wo wir uns ein kleines Hütchen bauen. So. Die erste Nacht, Freunde. Ist geschafft. Schön. Schön wie mitten am Meer aufzubachen. Oder? Das fühlt sich richtig gut an. Richtig herrlich, ey. Fast viel Urlaub. Ja. Fast viel Urlaub mit Eingeborenen. Geil. Schöneres. So. Wollen wir das da erstmal lassen dann? Achso. Äh. Also, ja. Oder abbauen, genau. Ja. Dann lass uns mal hier ein bisschen rumlaufen. Oh, scheiße. Jetzt hab ich auch Hunger. Oh, jetzt hab ich auch wieder richtig Hunger. Okay, warte mal. Achso, ich hab noch einen Snack. Alles gut. Gut. Ich guck mal hier auch ein bisschen an den... Oh. Kann die mehr? Ich lauf grad mal hier unten am Strand weiter, weil ich glaube, da hinten müsste das Boot noch kommen. Und da würde ich ganz gerne bauen. Weil da kann man was richtig Schönes machen. Und zwar auch so eine... Oh, leulich ist eine Eingeborene. Es sind zwei Eingeborene. Kannst mal schnell herkommen. Ja. Und der eine läuft zu mir in die Richtung. Ja. Sonst kommen wir erstmal zum Wasser runter. Ich glaub, die machen noch nichts. Ich guck mal so ein bisschen. Ja. Oh, der läuft ja zu dir jetzt? Hä? Warum greifen die mich an? Hat? Nee. Ich hab nur ein bisschen... Ja. Die verfolgen mich so ein bisschen. Hm. Die denken sich auch nur so, was macht die denn unser Boot hier? Hm. Ich hab richtig Hunger. Oh. Oh, kurz, ob ich den Schädel... Warte mal. Stock. Äh. Geisteskrank auch. Läuft. Oh, lol. So. Ich hab jetzt... Ich hab ne Dingskeule jetzt. Ich kann die... Oh. Die kommen jetzt, glaub ich. Warte mal. Ich hab mir jetzt so ne Keule gebaut hier. Aus Schädel und... Schädel und Stock. Kannst du ne Keule bauen. Ja, ich guck auch einmal. Oh. Wo ist denn das? Wo sind denn Waffen? Äh, du musst rechtsklick und das in die Mitte auf das Tuch ziehen. Ach so. Ähm. Sie läuft weg. Ein Stock kombiniert. Ah. Okay, und ein Schädel. So, aber ich weiß nicht, wie man das jetzt quasi auf den Rucksack münzen kann. Das müssen wir uns eventuell mal demnächst nochmal angucken. Mhm. Ich glaub, die haben aber Angst vor uns, wenn man den dichter kommt. Oh, da kommt jetzt... Ah ne, das ist die, glaub ich. Der Schwinde! Ah. Okay, ich hab's. Ich hab's. Du musst das Ding... Ah, ja. Okay. Du musst das Ding in die Mitte packen. Ja. Und dann... Also kombinieren quasi. Ja. Und dann auf den Rucksack rechtsklick kombinieren. Ja. Und dann da kombinieren. Also, dann ist beides ja in der Mitte. Ja. Dann machst du ja, glaub ich, rechtsklick zum Kombinieren. Ja. Und dann drückst du die Zahl auf welche... Auf welchen Slot du das haben willst. Okay. Okay. Also ganz einfach eigentlich. Auf jeden Fall. Also, now. Hätten wir uns denken können. Ja, ja. Na klar. Wo ist jetzt die Axt? Ich muss ja wohl noch ein Tuch drum machen. Ach so. Ähm. Rucksack. Wo ist das Ding denn? Da unten. Armin. Stoff. Kombinieren. Und dann kann man das hier anzünden, ne? Ach so. Da... Damit kannst du eine Tackel machen, glaub ich. Ich glaub, sie sind weg. So, lass mal jetzt schnell... Schnell weg hier. Mhm. Weil dann werden die auch direkt gebraten. Das ist... Ach so. Lol. Ah, hier rechts ist noch eine alte. Ja, warte. Komm, wir gehen erstmal vorsichtig weiter hier. Oh lol. Häng fest. Ähm. Ich zünde grad mein Ding an. Aua. Ja. Okay, jetzt kämpfen wir. Lol. 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 Wie hast du sie jetzt angezündet? Oh, ich hab dich... Hab ich dich angezündet? Brenne ich? Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Oh scheiß ich brenne. Du brennst, ja? Oh lol. Danke. Sorry. Alles gut. Ich sag mal einfach, du bist gegen sie gelaufen. Ja, 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 ja. Dann fühle ich mich besser. Bin ich, glaub ich, wirklich. Huch. Ich hab sie mal erst mal gelegt. Bleibt noch ein Tennisballing, glaub ich. Oha. Das war ein paar Köpfe hier. Hier sind... Ein paar Köpfe hier. Hier sind auch wieder Dudes. Oh, die kommen jetzt an hier. Oh. Die ging jetzt aber... Junge, du kannst das Feuer zwar jetzt weglegen. Ich brauch das nicht mehr. Ah lol. Er ist gar nicht tot. Hä? Aufgestanden. Jetzt. Ah, Zähne kriegt man hier raus, ne? Aber ich glaub, später müssen wir die verbrennen, ne? Glaub ich. Oh, das weiß ich nicht. Ich glaub, die müssen wir später aufs Feuer werfen. Und dann kriegen wir da so Knochen und so ein Kram raus. Hab ich dich getroffen? Ne. Ne. Ich lauf schon mal weiter her, ja? Ich glaub, die kann man nicht weiter... Abmurksen und davon... Hast du Zähne rausbekommen? Ne, wir müssen die erst verbrennen. Ach so. Glaub ich. Na okay, hier oben ist auch nichts drin, was man irgendwie... Weil hier könnte man erstmal ne geile Hütte draus machen, ne? Sag ich mal so. Erstmal... Ja. Schon ganz nice hier oben. Jetzt machen wir erstmal hier die toten Kopfstämme da weg. Hm. Ich überleg grad, ob man hier vielleicht eventuell... Keine Ahnung, die Dinger verbinden kann oder so. Und das quasi so hochlegt, dass die erstmal nicht hier oben rankommen. Können man vielleicht wirklich ganz gut machen, ja. Lass uns jetzt mal weiterlaufen. Ich glaub, da hinten müsste nachher eigentlich dann das Boot irgendwo sein. Glaub ich. Oder wir laufen komplett falsch. Das weiß ich jetzt grad nicht. Ist es immer die gleiche Map? Äh, es ist immer... Ja. Also die ist nicht zufällig... Ne. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles G